Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Trading Tips. Heute mit Apple. Der iPhone-Konzern hat in den vergangenen Tagen und Wochen eine hohe Volatilität an den Tag gelegt. Wir sehen hier im Chart deutliche Ausschläge, die vor allem ihren Grund im Handelsstreit der USA mit China haben. Denn Apple lässt viel in China produzieren und wäre von einer Eskalation des Handelsstreits und weiteren Strafzöllen besonders stark betroffen. Doch in den vergangenen Tagen keimte wieder die Hoffnung auf, dass es eine Annäherung zwischen Donald Trump und China gibt. Und das könnte der Apple-Aktie nun auch neuen Schwung verleihen. Wir sehen es hier noch, die Kurse von gestern, inzwischen ja heute. Freundliches Marktumfeld. Vorbörslich notiert die Apple-Aktie bereits wieder höher und könnte sich auch dann den alten Hochs von diesem Jahr im Bereich 215 Dollar schnell wieder annähern und dann auch den Ausbruch darüber schaffen. Denn in der neuen Woche könnte es auch neue Impulse geben. Der Konzern präsentiert drei neue Modelle des iPhones am 10. September. Kann Apple damit die Gunst der Anleger zurückgewinnen? Trifft Apple den Nerv der Kunden? Dann sollten hier deutlich höhere Kurse möglich sein. Eben auch der Ausbruch und dann auch wieder das 52 Wochen hoch im Bereich 233,47 Dollar. Also rund 10% über dem aktuellen Kurs. Das ist dann das erste Ziel, das wir für Sie, für Apple haben. Und wer natürlich hier etwas mutiger reingehen will, für den haben wir auch wieder ein geeignetes Faktor-Produkt unseres Partners Morgan Stanley. Faktor 3, aktueller Kurs, ist 9,87 Euro. Und hier sind durchaus Kurse 13 Euro, 13,50 Euro schnell möglich, wenn unser Szenario aufgeht. Abgesichert werden sollte das Ganze mit einem Stop bei 8 Euro. Denn wie gesagt, Apple aktuell ein bisschen ein Spielball der Politik. Sollte der Handelskonflikt neu entflammen, neu entfacht werden, dann muss mit diesem Stop eben der Kurs nach unten abgesichert werden. Und so sollten Sie gut beraten sein, können sich auf die weiteren Kurse in dieser Woche freuen und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder mit einer neuen Ausgabe des Trading Tips.